Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game Based Podcast. In dieser Folge möchten wir uns das Thema E-Sport etwas genauer angucken und zwar aus zwei verschiedenen Perspektiven. Zum einen möchten wir uns ansehen, wie E-Sport als Hobby in beispielsweise einem Verein funktioniert, aber auch, wie es ist, wenn man E-Sport professioneller machen möchte und da vielleicht sogar einen Manager für braucht. Dafür haben wir zwei Interviewpartner, zum einen Simon Lehmler von den Engines Stuttgart, mit dem wir uns nachher unterhalten werden und als zweiten Interviewgast Prof. Dr. Christopher Grieben. Er ist Professor für E-Sport und Gesundheitsmanagement in Köln an der Hochschule für Angewandtes Management. Hallo Christopher, freut mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, hallo. Ich merke gerade, dass das mein allererstes Mal ist, dass ich einen Professor duzen darf. Also schon mal eine Premiere. Genau, ich würde, bevor wir über den Studiengang reden, der ja mega interessant ist, von dem ich auch erst seit kurzem weiß, dass es ihn gibt, einfach nur ganz kurz eine Definition aufstellen von E-Sport und du kannst ja dann mal sagen, ob du dazu stimmst oder nicht. Und zwar habe ich eine Definition gefunden, die E-Sport als unmittelbaren Wettkampf zwischen menschlichen Spielern und Spielerinnen unter Nutzung von geeigneten Video- und Computerspielen an verschiedenen Geräten und auf digitalen Plattformen unter festen Regeln definiert. Das heißt einfach, blöd gesagt, Leute spielen gegeneinander auf Videospiele online und es gibt einfach Regeln, ähnlich wie bei, ich sage jetzt mal, herkömmlichen Sportveranstaltungen. Stimmt das so? Genau, grundsätzlich schon. Ich glaube, da sieht man auch schon sozusagen die Unterscheidung zum Gaming, zum Daddeln, zum Zocken, denn es geht um kompetitiven Gaming. In dem Moment, wenn wir meistens im Fünf gegen Fünf, also in einem Team gegen andere spielen, das unter Einhaltung bestimmter Regeln, dann nennen wir das E-Sports. Als die Definition damals auch vom ESBD, also vom Dachverband sozusagen, des E-Sports ja auch entwickelt wurde, hat man das in einer Zeit gemacht, wo man in der politischen Diskussion auch das Ziel hatte, den E-Sports ganz nah am Sport auch auszurichten und sich stark um die Anerkennung auch bemüht hat, auf politischer Ebene. Denn das wurde auch damals in der Großen Koalition CDU, SPD auch in Aussicht gestellt und dementsprechend ist auch mittlerweile in den Köpfen des ESBDs auch ein Überdenken dieser Definition, nicht mehr nah am Sport sich zu orientieren, sondern möglicherweise sogar breiter aufzustellen. Ja, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Also selbst wenn man sich mit E-Sport nicht beschäftigt, hat man vielleicht am Rande mitbekommen, dass überlegt wurde, dass es eine olympische Disziplin ist, dass manche Fußballvereine auch gerade für das Spiel FIFA eigene E-Sport, ich nenne es jetzt mal Abteilungen machen wollen. Da wollen wir auch später auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Mich würde jetzt aber interessieren, wenn ich mich jetzt auch als junger Mensch dazu entscheide, diesen Studiengang zu wählen, wie kann ich mir das vorstellen, wie ist das aufgebaut? Ist das sehr nah am normalen Sportmanagement und wozu bin ich dann befähigt, danach zu machen? Also das ist ein Bachelor of Arts, nennt sich E-Sport Management und hat letztendlich erstmal Grundlagenkompetenzen, die wir vermitteln im Bereich klassischer Betriebswirtschaftslehre, im Bereich von Marketing- und Managementgrundlagen. Wir haben aber auch Aspekte des traditionellen Sports mit integriert, also sportwissenschaftliche Grundlagen und haben dann, das ist das Besondere, glaube ich, an diesem Studiengang und an Studiengängen der Fachhochschulen, dass wir sehr anwendungsorientiert lehren. Das heißt, wir haben eine Palette an Praxispartnern dabei, über Teams, Teamleiter, Teammanagementleiter, über die Einbindung auch auf politischer Ebene, wir haben den ESPD mit integriert und, und, und und versuchen dort anwendungsorientierte Fallbeispiele zu besprechen. Und erfahrungsgemäß ist das auch, was die Studierenden sozusagen wünschen und was sie auch am Ende weiterbringt und auch für den Arbeitsmarkt qualifiziert. Und wie genau hat sich E-Sport in den letzten Jahren in Deutschland entwickelt? Jetzt vielleicht gerade als Jobperspektive im Gegensatz zum Ausland, wie gut sind wir da aufgestellt? Puh, also erstmal vielleicht nochmal zwei Schritte zurück, denn die E-Sports-Branche entwickelt sich. Sie entwickelt sich gerade, ich glaube, sie entwickelt sich auf politischer Ebene in der Diskussion. Sie entwickelt sich aber auch, und das sehen wir ja im Bereich der Akademisierung, also des Ausbildungssystems, um überhaupt erstmal dann ein Ökosystem zu befüllen mit qualifizierten Mitarbeitern. Das heißt, es ist ein System, was in der Entwicklung ist. Und wir haben den Bundesverband, den Game sozusagen, Game-Bundesverband, der da auch Zahlen zu publiziert hat, dass wir roundabout 29.000 Arbeitsplätze in dieser Games-Branche schon vorhanden haben. Und ich bin der Überzeugung, dass das stetig sich weiterentwickeln wird und dementsprechend auch einen Markt darstellt, wo wir unsere Studierende entlasten können, guten Gewissens entlasten können. Aber man muss auch sagen, dass es nicht den Beruf gibt, wenn wir bei uns E-Sport-Management studiert haben. Das ist, und da komme ich ja auch her aus der klassischen Sportwissenschaft, das ist genauso wie bei dem Sportwissenschaftler, den einen Beruf des Sportwissenschaftlers gibt es genauso wenig. Dann gibt es Schwerpunkte auch im Bereich Management, im Bereich Gesundheit, im Bereich Medien und Kommunikation. Und genau so kann man sich das bei uns vorstellen, dass wir den Studierenden letztendlich einen großen Blumenstrauß bieten, im Bereich des Besserstudiengangs und versuchen dann Kompetenzen zu vermitteln und die Studierenden in die Lage zu versetzen, entsprechende Blumen oder die eine Blume dann, die zu mir persönlich passt, auch rauszugreifen, um sich dort zu vertiefen. Und was wäre jetzt zum Beispiel ein Job, den wir danach machen können? Ich stelle mir das jetzt klassisch vor, ich bin jetzt der Manager von einem E-Sportler. Ich stelle mir das eigentlich genau vor wie bei jemandem, der, ich weiß nicht, Fußball oder Leichtathletik macht, dass ich Termine mache, ich verwalte das Geld, ich sorge für PR etc. Kann man sich das dann auch genauso vorstellen? Ja, also letztendlich gibt es Parallelen. Also wenn wir jetzt wirklich im Bereich des Teammanagements unterwegs sind, dann geht es auch um die Organisation von Reisen, von Turniervorbereitungen. Es geht aber auch um den Fokus bezogen auf das Sportliche im Sinne des E-Sports. Also, dass ich mich perfekt vorbereite, dass ich trainiere, dass ich Ausgleichssport praktiziere und letztendlich das gesamte Team um das Team organisiere. Das ist jetzt sozusagen ein Berufszweig, wo unsere Studierenden unterkommen können. Aber es ist, wie gesagt, es ist nur ein Teil dessen. Genauso auf klassische Breitensportvereine. Es gibt immer mehr E-Sports-Vereine. Verbandstrukturen bilden sich gerade in NRW oder auch in Schleswig-Holstein oder natürlich auch im Bundesverband, im ESPD. Aber natürlich, so Kerngeschäft, das, was sehr viele von unseren Studierenden auch bewegt, warum sie das studieren, sie wünschen sich in einen dieser großen Clans, das sind die Teams sozusagen, unterzukommen. Denn da herrschen im Vergleich zu anderen Organisationen schon sehr professionelle Strukturen. Aber natürlich, ein großer Bereich ist auch Marketing und Management. Und das übrigens nicht nur für E-Sports-spezifische Organisationen. Denn das ist das Spannende, denn immer mehr nicht-endemische Partner, Unternehmen, die nicht aus der Gaming-Branche, nicht aus der Tech-Branche kommen, wollen Zugang zu dieser Zielgruppe haben, zu dieser enorm großen Zielgruppe, zu dieser jungen, gebildeten Zielgruppe. Und dafür brauchen sie natürlich am besten Leute aus der Zielgruppe mit akademischem Hintergrund. Und das sind die Studis aus unserer Uni. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Studiengang. Ich habe Medienwirtschaft studiert, da waren wir auch sehr breit aufgestellt. Das klingt da so ähnlich. Und ich finde, das ist auch etwas, was gerade meiner Generation sehr zuspricht, dass man sich dann auch so ein bisschen zusammensuchen kann, was einen interessiert. Du hast es ja gerade schon erwähnt, dass viele Strukturen sich jetzt auch gerade am Bilden sind. Es entstehen Vereine, E-Sport ist am Wachsen. Was findest du, sind Hürden, mit denen E-Sportler oder auch E-Sport-Vereine konfrontiert werden, gerade auf politischer Ebene oder auch was Vorurteile angeht? Also ich glaube, die größte Hürde, die das gesamte Ecosystem hat, ist die fehlende gesamtgesellschaftliche Akzeptanz. Und das auf den Punkt zu bringen, dass wir immer noch immer weniger zum Glück in eine Ecke, in eine Nische gesteckt werden. Die Schublade geht auf und geht wieder zu. Denn da gibt es zum Glück etliche Forschungsarbeiten, die das Gegenteil beweisen. Ich finde, Gaming und auch E-Sports ist angekommen und ist kein Jugendphänomen, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das durchschnittliche Alter eines Gamers sind 37 Jahre. Das ist 37 Jahre, das ist also kein 20-Jähriger mehr. Und auch 10 Prozent der über 60-Jährigen sind Gamer, Gamerinnen. Das heißt, wir können also nicht mehr von einer Jugendkultur sprechen, so wie es häufig genannt wird, es ist weitaus mehr. Und zurückzukommen, gesamtgesellschaftliche Akzeptanz würde natürlich deutlich transparenter sein, wenn wir den E-Sports-Vereinen ein Stück weit Anerkennung verlangen oder ergeben, im Sinne von der Gemeinnützigkeit. Bislang sind E-Sports-Vereine noch nicht gemeinnützig. Und das ist zum Beispiel ein politisches Ziel der Ampelkoalition gerade, dass man sich auf diesen Wege gerade macht. Und ich weiß, dass da sehr intensiv auch im Hintergrund diskutiert wird. Wenn wir jetzt ins Ausland blicken, da wo E-Sport jetzt am beliebtesten ist, ich würde jetzt mal sagen so Südkorea, Japan, ist da die Akzeptanz der Gesellschaft sehr viel größer als hier, dadurch, dass es eben so eine große Szene ist? Ja, absolut. An Beispielen festgemacht kann man sagen, in genau genannten Ländern ist E-Sports im traditionellen TV angekommen. Und nicht nur mit den Sportsimulationen. Also dass wir dort es geschafft haben, auch andere Titel zu platzieren, das ist schon ein Zeichen dafür, dass da Akzeptanz für herrscht. Und wir kennen auch die Anzahl an Enthusiasten, die letztendlich über die Länder hinweg gezählt worden sind. Und da kann man auch feststellen, dass genau in den Ländern, auch in Nordamerika übrigens, auch in Südamerika, noch mehr von den Enthusiasten vorhanden sind. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch nicht nur das TV-Beispiel, also dass wir es ins klassische TV geschafft haben dort, sondern auch, dass Ausbildungsstrukturen, Universitäten schon deutlich weiter sind. Es gibt eigene Universitäten, zum Beispiel für die Ausbildung von Spielern. Nochmal ein ganz anderer Ansatz. Und ich glaube, dieses chinesische Modell ist nicht übertragbar, dass wir da alle sozusagen zum Zocken in den Raum sperren, in Anführungsstrichen, angeleitet in den Bootcamp sozusagen. Und das universitär ausbilden. Dieses Motto, was ja auch herrscht, viel hilft viel, das ist nicht zu übertragen. Da brauchen wir unseren eigenen Weg. Und ich finde, Deutschland geht den eigenen Weg. Zum Beispiel auch jetzt, ich sage es nochmal, durch die Akademisierung des Ganzen. Ich finde es auch sehr interessant. Du hast gerade gesagt, dass es ins traditionelle Fernsehen in manchen Ländern nicht nur Sportsimulationen geschafft haben. Mein erster Gedanke ist, wieso überhaupt Sportsimulationen? Das ist ja eigentlich, das ist ja das Coole am E-Sport. Ich muss mir jetzt nicht ein simuliertes Fußballspiel angucken. Ich kann mir ja theoretisch angucken, wie Leute sich mit Feuerfäusten bekämpfen oder sowas, was ja ungeahnte Möglichkeiten sind. Ja, das sieht man auch in den Zahlen, dass FIFA zum Beispiel die Sportsimulationen nicht die beliebtesten Titel sind, um zuzuschauen. In Deutschland ist natürlich die Sportsimulation FIFA sehr beliebt, um es zu spielen, um es zu zocken. Auch verankert durch die Integration in die professionellen Fußballvereine bekommt es da sozusagen auch schon ein kleines Podest im Vergleich zu vielen anderen Titeln. Was damit einhergeht, ist die Reichweite. Und das verlangt schon irgendwie ein Stück weit, oder es gelangt schon in die Köpfe der Menschen rein, weil die Profivereine natürlich Strahlkraft und Reichweite haben. Aber, und da kommen wir wieder zurück, dass es sehr schwer ist, zum Beispiel Strategiespiele, wie zum Beispiel League of Legends, ein Strategiespiel, wo fünf gegen fünf gespielt wird, und man versucht, die gegenüberliegende Basis zu erobern, vereinfacht ausgedrückt. Aber das Spiel ist sehr komplex, mit unterschiedlichen Charakteren, die sich stetig wandeln und dementsprechend unterschiedliche Strategien immer wieder neu entwickelt werden. Und das ins TV zu bringen, um erstmal Aufklärungsarbeit zu machen, bedarf meines Erachtens einer sehr langen Zeit. Ähnlich wie, wir kennen das Beispiel aus dem traditionellen Sport, auch eine Sportart, die nicht auf Anhieb verstanden wird, ist Football, NFL. Und da hat man es geschafft, durch ein, aus meiner Sicht, sehr attraktives Format, durch, sagen wir mal, attraktive Berichterstattungen auf einem Entertainment-Niveau, es dem Zuschauer attraktiv zu machen. Und das hat funktioniert. Sogar so, dass die Leute es sich um 2 Uhr nachts angucken, weil es dann live ausgestrahlt wird, ja. Absolut. Man muss auch sagen, das ist nicht von heute auf morgen, es hat auch eine Zeit gebraucht. Und deshalb ist dieses NFL-Football-Beispiel, glaube ich, ein ganz gutes, um es mit Strategiespielen möglicherweise auch zu vergleichen. Ja. Ich finde es auch interessant, ein Vorteil, den ich jetzt gegenüber herkömmlichen Sport sehe, ist zum Beispiel, dass man Sachen darstellen kann oder Unterhaltungsformen, Sportformen, die es sonst gar nicht geben würde. Aber ein Vorteil war wahrscheinlich auch die Corona-Zeit, weil man ja, ich würde jetzt mal sagen, viel problemloser weitermachen konnte als bei anderen Sportarten, oder? Ja. Die Zahlen gibt es tatsächlich, dass die Leute mehr gespielt haben. Es sind neue, die Zielgruppe ist größer geworden, es sind neue Gamerinnen, Gamer hinzugekommen. Und es werden unterschiedliche Gründe dafür an den Tag gelegt. Die einen sagen, die Isolation hat dazu geführt, sozialen Austausch zu bekommen. Und in der Pandemie, im Lockdown, war das leider physisch nicht möglich. Und deshalb ist man genau in die digitale Welt eingetaucht. Ja. Und auch in Andergrund ist tatsächlich auch Langeweile. Denn, das wissen wir auch, nicht alle Lehrkräfte haben es geschafft, diesen Switch hinzubekommen, jeden Schüler abzuholen, mitzunehmen, auf diesen Distanzunterricht bezogen. Und ja, also die Pandemie war sozusagen noch mal Treiber dessen und hat die Menschen einfach noch näher digital zusammengebracht. Gibt es noch andere Vorteile, die du siehst, wenn man sich mit E-Sport beschäftigt, im Gegensatz zu einem herkömmlichen Sport? Ich these. Ich glaube, dass wir E-Sportler und auch Gamer in Deutschland haben, die Fähigkeiten mitbringen, die für den neuen Arbeitsmarkt von großer Relevanz sein werden. Das ist, gerade von einigen Organisationen wird das versucht anzugehen. Leider, und da kommen wir vielleicht auch später noch mal zu, fehlen letztendlich noch Fördermittel, Forschungsfördermittel, um dem Ganzen auch Fundament zu geben. Und da hoffe ich, dass wir schnellstmöglich Unterstützung erfahren, weil wir Wissenschaftler sind daran interessiert, diese Thesen, diese Hypothesen am Ende auch irgendwie zu bestätigen. Und ich glaube, nehmen wir nur als Beispiel, es geht nicht mehr in Zukunft darum, dass wir einen Bachelor machen, einen Master machen, wir haben promoviert und wir haben Wissen und Wissen und Wissen angehäuft, konsumiert und uns angenommen. Sondern es wird darum gehen, möglichst neues Wissen schnellstmöglich sich anzueignen. Und genau das muss letztendlich auch ein E-Sportler machen. In dem Moment, wenn es einen neuen Charakter gibt, eine neue Map, also eine neue Spielwelt, geht es darum, in möglichst kurzer Zeit eine Strategie zu entwickeln, die im Team kommuniziert werden kann, um diese dann Zielgruppen spezifisch auch umzusetzen. Das ist sehr interessant. Bist du da auch schon mal auf Widerstand gestoßen, wenn du solche Thesen angesprochen hast? Ich kann mir vorstellen, dass da ein paar traditionellere Leute vielleicht nicht so begeistert sind. Ja, das sind vor allem die, die sich damit nicht beschäftigt haben. Ich glaube wirklich, insbesondere in den MINT-Fächern gibt es hier wahnsinnig großes Potenzial, auch den Studierenden unseres Studiengangs, Studiengangs, aber auch den Gamer, Gamerinnen da draußen und auch den Eltern möglicherweise zu vermitteln, dass es nicht nur darum gehen muss, E-Sports-Profi zu werden, sondern in mir steckt auch ein Schatz oder stecken mehrere Schätze, die ich auf dem traditionellen Arbeitsmarkt einbringen kann. Und es gilt, das aber zu belegen. Deshalb bin ich auch kein Fan davon, zu schnell zu große Töne zu spucken, aber ich glaube, hier herrscht ein Potenzial. Du hast es ja auch gerade gesagt gehabt, dieses Thema mit der Förderung. Also wir haben jetzt in vergangenen Podcast-Folgen auch mit einer Spieleprogrammiererin geredet, die auch gemeint hat, dass es relativ mühselig sein kann, an Förderung zu kommen. Was das Thema Forschung angeht, ist das dann ja wahrscheinlich auch ähnlich. Oder wie hat sich der Bund dazu aufgestellt? Da schließt sich ein Stück weit der Kreis. Eingangsfrage, oder am Anfang haben wir darüber gesprochen, ist E-Sport, Sport. Ganz kurz, haben gemerkt, dass es da ein Problem gibt. Und wir als Gesundheitssportwissenschaftler haben natürlich das Problem, wo holen wir eigentlich Forschungsgelder her? Aus den Sporttöpfen offensichtlich nicht. Und da sieht man schon das Dilemma, wer fühlt sich dafür eigentlich verantwortlich, dementsprechend auch, sagen wir mal, Wissenschaftler in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Trotzdem gibt es Bestrebungen. Und das muss man auch nochmal betonen, dass das Bundesministerium für Wirtschaft ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren gestartet hat zu Beginn des Jahres. Sozusagen man hat geguckt, gibt es den Bedarf da draußen? Gibt es denn Forscher, Forscherinnen, die sich diesem Thema widmen sollen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln? Und ich glaube, dass die Resonanz insgesamt sehr groß war und sehr gut war. Und ich bin überzeugt, dass das, Klammer auf, hoffentlich endet diese Krise dort draußen, damit meine ich den Krieg und auch die Corona-Pandemie, zeitnah, um sich solchen Themen auch mehr widmen zu können. Das ist jetzt dazwischengekommen natürlich, aber heißt nicht, dass der Bedarf nicht da ist. Da warten also Forscher, Forscherinnen drauf, um sich da in Anführungsstrichen auszutoben. Das ist auch interessant, wenn man betrachtet, wie sehr das Metaverse in aller Munde ist seit ungefähr einem Jahr. Und das Metaverse wird ja auch sehr viele Aspekte vom Gaming mit reinnehmen, wahrscheinlich das Gaming auch nochmal umschmeißen. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen gehabt, dass zum Beispiel gerade das Thema E-Sport richtig groß werden wird, weil man dann zum Beispiel Quidditch spielen kann, eine Sportart, die man davor nur in sehr lächerlich aussehend auf einem Besen spielen konnte, in echt und ohne Fliegen. Was glaubst du denn, was für Potenziale birgt das Metaverse für E-Sport oder für Gaming? Ich bin unsicher, ehrlich gesagt. Ich kriege mit, draußen ist ja natürlich das Buzzword irgendwie in diesem Jahr. Jede Konferenz, jeder Artikel im Bereich Digitalisierung geht genau darauf ab. Ich sehe Metaverse auch nicht in den nächsten zwei oder drei Jahren relevant aus meiner Sicht für genau diese Branche. Ich sehe aber andere Technologien relevanter und die VR-Brille hat auch eine gewisse Zeit gebraucht, bis das überhaupt in die Köpfe gekommen ist, was ich damit anfangen kann. Ich sage immer, dass ich glaube, dass der E-Sports bewegter wird. Damit meine ich physische Bewegung, das kann ich mir vorstellen, natürlich über die VR, also über die virtuelle Realität. Ich kann mir das vorstellen über Exa-Gaming, das sehen wir gerade schon, dass es Exa-Cubes gibt, wo ich ganz Körper Kräftigungsprogramme spielerisch vermittelt bekomme, also Programmlichkeiten, wo ich wirklich danach schwitze, wo ich Sport mache. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir VR einsetzen können, zum Beispiel oben bleiben wir in der virtuellen Simulation und der Verbindung zum traditionellen Sport, also virtuelle Sportsimulation, FIFA, dort merke ich, dass mein, dort kann ich lernen zum Beispiel, wie der Innenverteidiger stehen muss. Das kann ich übertragen natürlich auch auf die VR-Brille und dem Innenverteidiger aufzeigen, dass ich zwei Meter zu weit vorne oder zwei Meter zu weit hinten stehe. Ich bediene mich also Technologien der virtuellen Sportsimulation, um sie dann in die traditionelle Welt zu übertragen. Ich glaube, also wir haben schon, glaube ich, Möglichkeiten beim Metaverse, glaube ich, es wird sich zeigen, es ist absolut im Frühstadium. Das wird sich zeigen und ich habe, vielleicht in einem Jahr können wir nochmal intensiver über die Frage sprechen. Ja, vielleicht sogar erst in zehn Jahren. So wie du gerade gesagt hattest, VR-Brillen hat ja auch lange gedauert, bis einem nicht schwindelig wurde, wenn man sie auch aufgesetzt hat. Wenn wir jetzt unabhängig vom Metaverse mal in die Zukunft vom E-Sport in Deutschland gucken, was denkst du, werden da viel mehr Turniere stattfinden? Wie ist da die Konkurrenz im Ausland? Wie wird sich das entwickeln? Was meinst du? Also ich habe die Hoffnung, dass sich das gesamte Ökosystem weiter professionalisieren wird, denn wir haben hier ein System, wo wir auch sehr viele Quereinsteiger im Arbeitsleben, was gar nicht wertend ist gerade, aber ich glaube, dass wir die Quereinsteiger auch unterstützen und aufladen können durch solche Studiengänge wie den E-Sports-Management- Studiengang, wo wir systematisch recherchieren können, wo wir Dinge erarbeiten können, lösungsorientiert anhand von Projektmanagement-Tools, denn das lernen wir im Studium. Ich glaube, dass der gesamte Markt auch dadurch profitieren kann. Ich hoffe, dass wir schnellstmöglich zu dieser Anerkennungsdebatte eine Lösung haben, in die eine oder in die andere Richtung, aber das Thema ist einfach zu lange schon in den Köpfen aller und wird von Legislatur zu Legislatur geschoben. Ich hoffe, dass wir im Bereich Forschungsförderung Unterstützung erlangen von Bundes- und von Länderseite. Ich sehe insbesondere gerade die Unterstützung von Krankenkassen als sehr wertvoll an, dass die großen Krankenkassen sich dem Thema angenommen haben, weil sie sehen, dass wir eine vulnerable Zielgruppe, also eine Risiko-Zielgruppe vor uns haben, die nicht zu vernachlässigen ist und vor allem die nicht mehr wegzureden ist. Die ist da und sie wird bleiben und wir müssen uns diesem Thema der Gesundheit genau dieser Zielgruppe auch annehmen. Also das heißt, aus unterschiedlichsten Richtungen, aus der Gesundheitsperspektive, aus der politischen Perspektive, aber auch natürlich aus Sicht der Teams als solches wird eine Professionalisierung verlangt im Sinne des ganzheitlichen Trainings. Das ist schon, sagen wir mal, in der Spitze angekommen, dass die professionellen Clans natürlich ihre Spieler über Ernährungsberater, Sporttrainer, Physiotherapeuten trainieren lassen, damit sie am Ende auch performen können. Denn das ist klar, wer Höchstleistung bringen muss oder möchte und das über einen längeren Zeitraum, der muss letztendlich ganzheitlich trainieren. Dieser Aspekt ist sehr interessant, auch gerade das mit den Krankenkassen. Du hast ja auch vorhin erwähnt, dass man Ausgleichssport machen muss und ich glaube, das ist was, woran viele nicht denken bei dem Thema E-Sport, dass man halt nicht einfach nur acht Stunden da sitzen kann und spielen kann, sondern dass man halt eben auch seinen Körper sehr trainieren muss, damit der Körper diese Leistung bringen kann. Wie sieht denn dieser Ausgleichssport aus zum Beispiel? Genau, letztendlich gibt es da zwei Blickwinkeln, warum Ausgleichssport wichtig ist aus meiner Sicht. Einmal kurzfristig natürlich, das was du gerade sagst, um leistungsfähig zu sein, aber auch langfristig, um präventiv diesen E-Sports langfristig auch durchführen zu können. Und das sind zwei Perspektiven, die nicht nur den Spieler unmittelbar betrachten, sondern auch natürlich relevant für die Clans sind. Wir wollen natürlich langfristig gesunde Spieler, die performen können haben. Ja, was kann man machen? Es geht insbesondere, und da kommen wir wieder eigentlich zum traditionellen Sport, wir bedienen uns Methoden des traditionellen Sports, um die Fähigkeiten aufzutrainieren, die ich im E-Sports benötige. Wie zum Beispiel die Reaktionsfähigkeit, wie zum Beispiel die selektive Wahrnehmungsfähigkeit. Das, was ein Toni Kroos im Fußball hervorragend kann, diesen 360-Grad-Blick, der kriegt den Ball und weiß, was vorher hinter ihm und überall passiert. Und da die richtigen Entscheidungen schnellstmöglich zu treffen, das ist die nächste Fähigkeit. Wir können uns also Methoden bedienen des traditionellen Sports und am Ende gehört da genauso ein Krafttraining und ein Ausdauertraining dazu. Weil, wie du gesagt hast, wenn ich über ein ganzes Wochenende Höchstleistung bringen muss, das ist eine Ausdauerleistungsfähigkeit, also über einen längeren Zeitraum Widerstandsfähigkeit zu besitzen, dafür kann ich mich dem ganzen des traditionellen Sports bedienen. Aber ich glaube, diese Kombination aus Bewegung, dann einer ausgewogenen Ernährung, die auch Einfluss hat, natürlich auf Leistungsfähigkeit und der dritte Punkt, der häufig vergessen wird, Regenerationseinheiten, auch Schlaf, denkt an Reisetätigkeiten, Jetlag, das ist auch ein Thema, was stärker Berücksichtigung finden müsste, wenn wir an die Leistungsfähigkeit denken. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was alles zum Berufsweg oder auch zur Ausbildung von einem E-Sportler gehört. Wenn man sich jetzt anguckt, dass auch immer mehr jüngere Leute gerne in die Richtung E-Sport gehen möchten, das sehen wir allein daran, wie viele Anfragen wir von Lehrkräften bekommen, so hey, was ist E-Sport? Ich habe irgendwie Angst, dass das was richtig Dummes ist und das wollen jetzt voll viele studieren oder als Ausbildung machen. Was würdest du solchen Eltern oder Lehrkräften sagen, die voll unsicher sind und nicht wissen, oh Mann, ist das was das Richtige für mein Kind? Ich will eigentlich, dass es was Anständiges studiert, in Anführungszeichen. Ja, also ich kann natürlich, ich bin ja auch Papa, ich kann diese Gedanken verstehen, wenn man sich dem Thema noch nicht gewidmet hat, dann fällt es schwer, auch zu verstehen, was da passiert. Das muss man so sagen. Deshalb, das versuchen wir seit ja acht Jahren mittlerweile, über die Universitäten viel Aufklärungsarbeit zu machen. Wir gehen in die Schulen rein, in Zusammenarbeit mit Krankenkassen, um genau so ein Stück weit auch Angst zu nehmen. Ich glaube nämlich mittlerweile, dass das Thema Gaming, wenn wir uns ein 14- und 15-Jährigen oder ein 15-jähriges Mädchen anschauen, die viel zu Hause spielt, dass ich glaube, dass das ein schwieriges Thema ist, um in dieser Lebensphase mit den Eltern auf einen Nenner zu bringen. Ich glaube, wir brauchen Formate, moderierte Formate, um genau Eltern und Tochter, Eltern und Sohnen wieder zusammenzubringen. Und zwar, dass wir den Eltern vermitteln, schau mal, das, was dein Kind dort macht, ist nicht nur schlecht, sondern es fördert auch die und die Fähigkeiten und Kompetenzen. Aber viel hilft viel, ist genau der falsche Ansatz. Diese acht bis zehn Stunden am Tag, die ja bedingt sind durch ständiges Sitzen und Sitzen, das neue Rauchen als ein Risikofaktor für diese körperliche Inaktivität, die dann zu Wiederfolgeankrankungen führen. Genau das ist auch der falsche Weg. Also kurzum, Aufklärungsarbeit, moderiert und da sind nicht nur die Eltern, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, sondern auch Lehrkräfte, ältere Lehrkräfte, die wir hier mitnehmen müssen und letztendlich erst mal sensibilisieren und informieren müssen. Da stehen wir leider noch. Da stehen wir noch, aber vielleicht muntert dich das ein bisschen auf, die Basisschulung Gaming als mediale Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern ist eine meiner meist gebuchtesten Schulungen, die ich gerade gebe. Also selbst, wenn gerade Ferien sind, sind immer sehr viele Lehrkräfte dabei und hören es sicher. Ja, also genau solche Formate braucht es, glaube ich. Da stehen wir gerade und ich glaube, solche Kompetenzzentren liefern da einen ganz großen Aspekt, das kann man einfach nur betonen. Und vielleicht wird ja auch diese Podcast-Folge ein bisschen dafür sorgen, dass diese Vorurteile abgebaut werden und aufgeklärt wird. Jedenfalls hoffen wir das, ja. Ja, vielen Dank für deine Einblicke. Das waren auch jetzt schon alle meine Fragen. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern, Zuhörerinnen auf den Weg geben möchtest, was ich jetzt noch nicht gefragt habe? Nein, ich kann nur noch mal alle ermuntern, sich diesem Thema zu widmen, in den Dialog zu gehen und einfach auch möglicherweise Synergieeffekte herzustellen. Das Thema nicht alleine anzugehen, sondern es gibt mittlerweile auf Forschungsebene, aber auch auf Umsetzer-Ebene Agenturen, die sich dem Thema schon bedient haben und ich glaube, dass man da einfach gemeinsam Dinge gestalten kann und nicht so viel Theorie, sondern schnellstmöglich dann in die Praxis gehen, iterativ arbeiten, das heißt immer wieder daraus lernen, weil wir wissen noch nicht wirklich, wie wir genau diese Zielgruppe zum Beispiel für gesundheitsrelevante Fragen erreichen können und ich glaube, da hilft es, wenn man gemeinsam daran arbeitet, flächendeckend daran arbeitet und möglichst mit interdisziplinären Ansätzen dran geht. Sehr schöne abschließende Worte. Dann vielen Dank für deine Zeit, das war sehr aufschlussreich. Wir werden auch auf jeden Fall in den Shownotes dann noch mal den Studiengang verlinken, falls sich jemand darüber informieren möchte. Für den zweiten Teil dieser Folge möchten wir uns mit Simon Lehmler unterhalten. Er ist stellvertretender Vorstand des E-Sport-Vereins Engines Stuttgart. Das ist ein Verein, der sich an der Hochschule der Medien gegründet hat, was mein Herz immer höher schlagen lässt und der uns wahrscheinlich auch, weil wir da auch studiert haben. Genau. Der Verein hat sich 2017 gegründet. Simon, willst du uns vielleicht einfach mal ein bisschen davon erzählen, wie das damals entstanden ist? Das kann ich sehr gerne machen. Zwar mehr aus Erzählungen, ich war selber bei der Gründung nicht dabei. Also wie du schon ganz richtig gesagt hast, ist der Engines Stuttgart e.V. aus einer Studierendengruppe der HDM entstanden. Ursprünglich war es so, dass man sich gemeinsam treffen konnte an der HDM und dort einfach gemeinsam spielen konnte. Da war dann ein bisschen eine Ausstattung dabei. Da gab es dann ein paar PCs, die wir mitgebracht haben, ein paar PCs, die natürlich dort auch schon vorhanden waren. Und dann hat man sich dort regelmäßig getroffen, gezockt oder irgendwelche Streams angeschaut. Irgendwann gab es dann leider das Problem, dass auswärtige Studierende nicht an der HDM sein dürfen. Und das Interesse an den Engines Stuttgart hat sich aber ja über die HDM hinaus ausgestreckt. Dann haben sich die damaligen Vorstände der Engines Stuttgart gesagt, wir wollen aber gerne und das ist ja auch unser Slogan der Ansprechpartner für die Thematik eSports in der Metropolregion Stuttgart sein. Und die Metropolregion Stuttgart beschränkt sich nun mal nicht auf die HDM nur, sondern natürlich auch noch vieles, vieles weitere und vieles mehr. Und deswegen hat sich dann damals der Engines Stuttgart e.V. gegründet mit unserem jetzigen Vorstandsvorsitzenden noch. Luca Jebautsky war damals hauptsächlich daran beteiligt, unseren Verein tatsächlich zu gründen und hat das auch sehr, sehr stark vorangetrieben. Du hast ja gerade gesagt, ihr wollt der Ansprechpartner in der Metropolregion Stuttgart sein. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass Leute, die Interesse haben an eSport in der Region oder generell an der Region und dann an eSport sich dann einfach bei euch melden, weil ihr dann, ich weiß nicht, bei der Google-Suche als erstes hochpoppt oder in irgendeinem Verzeichnis aufgelistet seid? Wir sind im ESBD, also im eSportbund Deutschland gelistet, auch als Verein, sind dort auch beigetreten. Wenn du mal eSport Stuttgart googles, wirst du uns auch relativ schnell finden. Ich vermute sogar an oberster Stelle, es gibt außer unserem Verein keinen offiziellen eSports-Verein in Stuttgart tatsächlich. Es mag mit Sicherheit kleinere Grüppchen geben, die gemeinsam spielen, aber eben nicht unter dem Deckmantel eines Vereins, eines eingetragenen Vereins, so wie wir das machen. Haben andere Städte, ich sag jetzt mal, weiß nicht, München oder vielleicht auch jetzt nicht so große Städte, aber solche Städte wie Ulm, vielleicht Leipzig oder so auch eSport-Vereine, ist das mittlerweile, kann man sagen, in jeder Stadt vertreten oder ist das schon noch eine Besonderheit für Stuttgart? Also inzwischen ist in einigen Städten schon auch der eSport vertreten, gerade wie du gesagt hast, München hat einen eSports-Verein, Ulm hat auch einen, Ratio Farm Ulm, die laufen dann bei denen mit im Verein. Ratio Farm Ulm, so wie die Medizin? Ratio Farm Ulm ist von Ratio Farm gesponsert. Ach echt? Das ist ja cool. Ja, klar. Das ist ähnlich wie Leverkusen mit Bayer und so, also auch da gibt es Sponsorships. Aber tatsächlich, Ratio Farm Ulm ist der große Verein, also der Basketballverein, der da dahinter steht. Frankfurt hat einen eSports-Verein, Freiburg hat einen eSports-Verein, gegen Freiburg haben wir jetzt vor kurzem einen sogenannten Vereins-Clash gespielt, haben ihn leider verloren, aber wir werden uns da nochmal noch mal dahinter klemmen und auf jeden Fall unser Bestes geben beim nächsten Mal, um da auch den Titelverteidiger Freiburg schlagen zu können. Kann ja nicht angehen, dass wir hier in Baden-Württemberg an Baden die Vorherrschaft im eSport abgeben müssen. Ja, also tatsächlich, es ist gar nicht mehr so selten, dass es in den Städten auch eSports-Vereine gibt. Auch in kleineren Städten, also es müssen nicht so große sein. Tübingen zum Beispiel hat auch einen eSports-Verein. Wie organisiert ihr euch denn da, also im Sinne von Turniere? Es gibt ja jetzt zum Beispiel die Uniliga, wenn ich es jetzt aber richtig gelesen habe, bedeutet Uniliga nur für, also oder von Studierenden organisierte Wettbewerbe. Spielen dann da auch nicht Studierende mit? Gibt es noch andere, wo man mitmachen kann? Also grundsätzlich, die Uniliga ist so organisiert, dass es inzwischen eben die Uniliga als Dachorganisation gibt in dem Bereich. Und Uniliga bedeutet tatsächlich, dass nur Studierende dort mitspielen dürfen. Das heißt, wenn du nicht studierst, bist du nicht mehr berechtigt, an der Uniliga teilzunehmen. Und grundsätzlich ist es auch so, dass du für deine Universität spielst. Das heißt, du darfst nicht sagen, du spielst jetzt, oder du studierst in München und spielst für die Stuttgarter Uni. Das geht nicht. Sondern du musst dann tatsächlich auch für die Münchner Uni spielen, wenn du in München studierst. Oder eben andersrum, studierst du in Stuttgart, spielst du für die Uni Stuttgart. Und dahingehend ist es eben so, dass es eben die verschiedenen Disziplinen, nenne ich es jetzt mal, gibt. League of Legends, Rocket League. Als ich damals noch studiert habe, gab es noch Hearthstone. Da habe ich selber dann auch mitgespielt. Nicht gut, aber ich war vertreten. Die Engines haben damals, glaube ich, einmal den Meister gestellt. Und die Engines selber hatten zum Beispiel in Rocket League damals einen sehr, sehr guten, ein sehr, sehr gutes Team. Und in Overwatch waren wir auch sehr gut vertreten. Also da gibt es die unterschiedlichsten, verschiedenen Disziplinen. Aber wie gesagt, es beschränkt sich eben darauf, dass man an einer Universität studiert oder einer Hochschule und dann für die antritt. Aber du bist ja jetzt kein Student mehr. Bedeutet das, du trittst jetzt bei nichts mehr an oder gibt es dann extra Turniere? Oder ist das dann nur noch Hobbyweise, wie du das machst? Also ich für meinen Teil spiele gar nicht mehr in irgendeiner Liga. Die Engines haben ja, haben zum Beispiel League of Legends, sind sie in der Prime League vertreten. Kannst du erläutern, was die Prime League ist? Also ich vergleiche die Prime League immer ganz gerne mit der Bundesliga. Klingt nämlich auch sehr danach. Ja. Ich vermute mal, mich werden bestimmt einige Leute steinigen dafür, dass ich es mit der Bundesliga vergleiche. Hierarchietechnisch ist es schon vergleichbar. Du hast die erste Liga oder die erste Division und da bekommen Spieler dann tatsächlich sehr viel Geld dafür. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich tatsächlich Beträge nennen müsste, aber da sind dann die professionellen Teams, die auch ja, dann relativ bekannt sind dabei und dann geht es runter in die zweite Division. Dritte Division ist schon so, dass man gar nicht mehr so arg viel Geld dafür verdient. Also ja, das ist dann immer aufgeteilt in mehrere Splits. Gerade bei der Prime League mit League of Legends hast du drei Splits pro Jahr und ja, dann kannst du eben aufsteigen, absteigen, in die Playoffs gelangen. Das Problem, was eben dann wiederum nicht vergleichbar ist mit Bundesliga-Teams, ist dann halt, dass es einen sehr, sehr hohen Durchlauf an Spielern in den verschiedenen Teams gibt. Das heißt, ein Team spielt ganz selten durchgehend mit der gleichen Konstellation. Wieso? Liegt daran, dass man eben relativ schnell den Spieler abwerben kann. Es gibt keine fixen Verträge, die einen dann so sehr an einen Verein, an ein Team binden, dass man sagen kann, hey, wir haben dich jetzt für fünf Jahre in uns gebunden und wenn wir nicht mehr erfolgreich sind, musst du trotzdem da bleiben, sondern die Spieler sehen halt, hey, da drüben ist jemand Erfolgreicher, da gehe ich jetzt hin und die wollen mich auch und ja, deswegen hohe Fluktuation ist tatsächlich ein Problem bei den ganzen E-Sports-Teams. Das erinnert mich jetzt klar, also zum Beispiel jetzt nehmen wir wieder Fußball als Beispiel, da ist man schon vertraglich gebunden, aber das kennt man ja von da auch, dass Leute dann den Verein wechseln, weil sie mehr Geld kriegen woanders, weil es woanders besser läuft und da merkt man schon, dass das sehr, also ähnliche Strukturen sind zum herkömmlichen Sport, daher auch meine nächste Frage, habt ihr mit Sportvereinen, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, der VfB Stuttgart, weil man den am ehesten kennt vielleicht, irgendwie Kontakt, weil es gibt ja manche, die haben jetzt zum Beispiel über FIFA Kontakt mit Sportvereinen und dann auch Sponsorings, etc. FIFA ist jetzt im E-Sport, glaube ich, nicht so ein großes Ding, weil es da interessantere Spiele gibt, aber gibt es da irgendeine Kommunikation zwischen den herkömmlichen Sportvereinen und E-Sport? Definitiv, also wir hatten am Anfang, noch vor Corona damals, Kontakt aufgenommen zu den, zu verschiedenen Sportvereinen, unter anderem natürlich auch dem VfB, macht ja auch Sinn für uns als Stuttgarter Verein, der VfB hatte damals sogar noch seine E-Sports Abteilung, die jetzt wieder aufgebaut wird und heißt, die waren eine Zeit lang nicht da? Die gab es jetzt eine Zeit lang nicht mehr, ja, da gab es keine E-Sports Abteilung mehr, aber jetzt dadurch, dass die verschiedenen Fußballvereine in der Bundesliga eben in der virtuellen Bundesliga auch ein Team stellen müssen, dadurch gab es jetzt eben wieder den Versuch, eine neue E-Sports Abteilung auch beim VfB zu gründen, beziehungsweise die müssen sie auch gründen, weil ansonsten gibt es, glaube ich, Sanktionen von Seiten der DFL, muss man dann auch wieder sehen, aber wir hatten tatsächlich damals den Versuch gestartet, uns eingliedern zu lassen auch in einen Verein und da gab es auch tatsächlich Interesse daran und damit kommen wir dann aber auch schon gleich zu einem Problem, was eben uns als breiten E-Sports-Verein sehr stark beeinflusst ist, dass wir nicht gemeinnützig sind per Definition. Das heißt, momentan dürfen wir zum Beispiel keine Spenden empfangen, wir müssen Steuern zahlen auf alles, was wir haben, das ist ein bisschen anders als bei einem normalen Sportverein und die Gefahr für einen Sportverein, der dann einen E-Sports-Verein aufnimmt, ist natürlich dann, dass dem auch die Gemeinnützigkeit dann abhanden kommt. Ja, das war dann tatsächlich in vielen Sachen dann eben, ja, ein Stein des Anstoßes, verständlich, die wollen natürlich auch ihre Gemeinnützigkeit nicht verlieren. Auch das Thema mit Shooter-Games zum Beispiel ist dann immer wieder in die Debatte dann aufgeflossen, Killerspiel-Debatte dürfte dir natürlich, gehe ich mal davon aus, auch ein Begriff sein. Ach, das gibt es ja auch schon sehr lange und ist sehr, sehr kontrovers diskutiert worden in vielen Bereichen, nicht nur im E-Sports-Bereich. Und, ja, also grundsätzlich, wir hatten Kontakt mit den Sportvereinen, wir sind auch immer noch in Kontakt, gerade mit VfB und sowas, immer mal wieder, gerade unser Partner, das Klatsch, bei dem wir zum Beispiel unsere Meeting-Greets machen, die sind jetzt, der ist jetzt wieder zusammen mit dem VfB auf Talentsuche für das Fußballteam, für das FIFA-Team und dahingehend gibt es immer irgendwelche Kontakte, irgendwelche Verbindungen, die zu den Sportvereinen dann gezogen werden können. Die Gemeinnützigkeit, die du gerade angesprochen hast, wieso habt ihr diese, also ich sage jetzt mal diesen Titel nicht, dürft ihr den nicht bekommen, weil jemand ihn euch nicht gibt oder müsst ihr das nochmal irgendwie extra beantragen? Wie läuft denn das? Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, auch schon ein sehr, sehr langwieriges Thema. Soweit ich weiß, zieht sich das tatsächlich schon durch, seit sich der Verein gegründet hat. Also Gemeinnützigkeit bedeutet ja im Prinzip, dass du einen Dienst an der Gemeinschaft dann irgendwo verrichtest und die Politik spricht momentan dem E-Sport das Ganze noch nicht zu. Das heißt, es muss irgendwo rechtlich abgesichert sein. Das hat nichts damit zu tun, dass wir das beantragen müssten, sondern die Politik muss quasi deklarieren, der E-Sport an sich ist gemeinnützig oder kann gemeinnützig sein. Ich hatte ja vorhin mal den E-Sport-Bund Deutschland erwähnt, der ESBD, und der ESBD kämpft dafür, dass der E-Sport gemeinnützig wird und momentan hat es eben auch die Politik in ihrer Agenda drin, dass sie eigentlich E-Sport gemeinnützig machen wollen, aber... Heißt in der Agenda dann im Koalitionsvertrag oder von einer bestimmten Partei? Ja, genau. Im Koalitionsvertrag steht es drin, dass E-Sport gemeinnützig werden soll. Stand auch im letzten Koalitionsvertrag schon drin. Da standen einige Sachen drin. Daher wissen wir ja, wie gut es funktioniert, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und von dem her, ja, wir hoffen einfach mal, dass es innerhalb der nächsten paar Jahre kommt. Das hilft uns natürlich als gemeinnütziger oder als ehrenamtlicher Verein, Entschuldigung, nicht gemeinnützig, als ehrenamtlicher Verein erstmal sehr viel weiter, weil wir nicht immer Sponsorenverträgen mit verschiedenen Firmen erstmal aushandeln müssen, sondern eben auch Leute einfach auf uns zukommen können und sagen können, hey, wir finden das cool, was ihr macht, wir wollen euch unterstützen und wir wollen euch eine kleine Spende geben. Das heißt dann auch, wir müssten zum Beispiel nicht, wenn jemand sagt, wir wollen dir 20 Euro in die Hand drücken, einfach als Verein, weil wir es cool finden, was ihr macht, das dann immer als Einnahme deklarieren, sondern als Spende kann man das dann hinsetzen. Das ist halt immer so das Problem. Mein Gefühl, als jemand, der absolut gar keinen Einfluss auf das alles hat, ist, dass die das ja so viel Zuwachs bekommen hat, dass ich mir jetzt kaum vorstellen kann, dass das jetzt nicht demnächst auch mal als gemeinnützig gilt. Ich meine, was ist dann der Unterschied zu einem Fußballverein? Da gehen ja auch Leute hin, um sich zu treffen und einfach gemeinsam Spaß zu haben, Sport zu machen etc. Aber, wie du gesagt hast, wir werden mal sehen, wie weit das dann... So wie mit allem, ja, wir werden mal sehen. Wie würdest du denn sagen, ist so die Entwicklung der E-Sport-Szene in Deutschland, wenn man es vielleicht mit anderen europäischen Ländern vergleicht oder sogar weltweit, weil nach meinen Recherchen ist ja Asien trotzdem immer noch, ich sag jetzt mal, am stärksten vertreten oder auch am mächtigsten, was die Teams angeht. Wie ist da so die Entwicklung, gerade auch seit Corona, wo ja meiner Einschätzung nach noch mal viel mehr Leute angefangen haben zu zocken? Das kommt jetzt immer darauf an, auf die Perspektive, von wo aus wir es betrachten. Also, wenn wir unsere Seite der Medaille nehmen, die der ehrenamtlichen Vereine oder der semiprofessionellen Vereine, ist die Entwicklung tatsächlich ein bisschen stagniert, also ins Stehen gekommen. Dadurch, dass, klar, wir können online uns treffen und zocken, aber das macht tatsächlich gar nicht so viel unserer Aktivitäten aus. Wir sind ja auch auf Events vertreten. Wir waren bei euch in der Computerspielschule vor Ort und haben da unsere Meet & Greet gehalten. Momentan sind wir auch wieder in Stammtischen vertreten, wo man sich einfach so trifft, wo es dann auch gar nicht so direkt ums Zocken geht, sondern wirklich um den sozialen Kontakt, den man dann auch pflegt, so wie in jedem anderen Verein auch. Und deswegen, über Corona hat es natürlich dann nicht so funktioniert. Und auch mit dem Thema, wie wir es gerade eben hatten, die Gemeinnützigkeit, die nicht vorhanden ist, verhindert natürlich ein bisschen das Wachstum dann der Vereine, der Ehrenamtlichen. Wenn man sich die professionellen Teams anschaut, die hatten natürlich auf der einen Seite über Corona hinweg auch das Problem, dass sie an Offline-Events nicht teilnehmen konnten. Auch bei denen gab es ja Einschränkungen. Aber das Wachstum dort nimmt natürlich immer weiter zu. Also auch in Deutschland werden die Teams größer und man hört ein bisschen mehr von den Teams und es gibt auch erfolgreiche deutsche Teams. Wie definiert man denn, dass die erfolgreich sind? Also erfolgreich im Sinne von, sie haben bei den internationalen Turnieren sehr gut abgeschnitten, oder? Ja, genau. Also erfolgreich, wie auch in der Bundesliga, ist ja, die spielen halt, ja, sie spielen gut. Sie sind erfolgreich in dem, was sie tun. Die deutsche Liga ist, glaube ich, jetzt im internationalen Vergleich jetzt nicht so bekannt und berühmt wie, nehmen wir mal die US-amerikanische Liga oder auch die asiatischen Ligen. Da gibt es mit Sicherheit viel mehr Anklang auch in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, gerade weil es auch schon ein bisschen länger vertreten ist. Da brauchen die Deutschen, glaube ich, einfach noch ein bisschen, bis sie da, bis sie da dahinter kommen, dass auch E-Sports so als, als Volkssport wie Fußball gelten kann. Aber ich denke, dass es in der Zukunft auch irgendwann mal kommen wird, weil auch die jetzige Generation, die sich in jungen Jahren für E-Sports begeistert, wird dann irgendwann mal älter und das zieht sich dann durch und irgendwann mal wird es anerkannt werden und irgendwann mal haben wir den Status, dass der E-Sport, genauso wie der ganz normale Sport als Gesellschafts, unterhaltungswert dienen kann. Ich denke auch, irgendwann mal wird es dann von der industriellen oder wirtschaftlichen Seite dann gesehen werden, hey, da steckt schon eine Menge Geld drin. Schaut man sich die Preispools der Dota-Spieler an, die momentan ja immer noch den höchsten Preispool überhaupt bieten können, sieht man irgendwann mal, ja, da steckt auch schon viel wirtschaftliche Kraft, wirtschaftliches Volumen dahinter. Wenn jetzt jemand E-Sportler werden möchte, was man jetzt auch immer öfters mitbekommt, also ich jedenfalls bei den Kindern, wenn ich mit denen irgendwelche Workshops gemacht hatte, da ist es jetzt nicht nur wie früher, ich weiß nicht, Schauspieler, Sänger, sondern jetzt ist es halt auch, ich möchte Influencer oder E-Sportler werden. Was denkst du, wie kann man sich da am besten rantasten? Dann zum Beispiel bei einem Hobbyverein erstmal anfangen, wie bei euch und dann gucken, dass man irgendwie in die professionelle Schiene kommt, also das wirklich hauptberuflich zu machen oder wie ist da der beste Weg? Also ich denke mal, grundsätzlich ist, sich in einem Hobbyverein zu engagieren, nicht die schlechteste Idee. Wie gesagt, auch wir haben semiprofessionelle Teams, wie bei jedem anderen Sport natürlich auch steht Training und regelmäßiges Spielen im Vordergrund auch bei uns. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Je professioneller man sowas betreiben möchte, desto mehr Zeit muss man darin stecken. Aber natürlich ist auch da Training nicht alles, um jetzt mal auch vielleicht besorgte Eltern und andere zu beruhigen, auch beim E-Sport zählt Konzentration, ausgewogene Lebensweise und sowas auch alles mit dazu. Und wenn man dann an Turnieren über so einen Hobbyverein teilnimmt, kann es natürlich gut sein, dass man dort auch mal entdeckt wird, gesehen wird oder dass man in Kontakt treten kann, zumindest mal mit Leuten, die in professionelleren Teams spielen und die dann einem auch weiterhelfen kann. Ich denke auch, dass gerade in der E-Sport-Szene vieles auch über Kontakte laufen kann. Also Coaches irgendwo rumlaufen, die sich anschauen, hey, gerade bei so niedrigen Teams gibt es da nicht vielleicht doch jemanden, der genau in die Kategorie reinfällt, was wir gerade suchen, der vielleicht auch Ansätze zeigt in die Richtung, in die wir gehen wollen. Die Prime League hat ja auch diesen Durchlauf, dass man sagen kann, hey, wir spielen momentan in der dritten Liga, aber auch die dritte Liga wird jetzt von der ersten Liga beobachtet und ich kann mich auch mit meinem Team, wenn wir gut sind, hochspielen und mich ins Rampenlicht spielen. Also ich denke tatsächlich so über einen ehrenamtlichen Verein oder einen Hobbyverein in seiner eigenen Gegend ist nicht schlecht, da mal anzufangen und ansonsten bei Turnieren sich einfach auch in den Fokus zu spielen, sich anzumelden, viel zu zeigen und so, das dürfte, glaube ich, viel helfen. Kannst du, glaube ich, mit jedem anderen professionellen Sport auch vergleichen. Da ist es ja ähnlich, man muss sich halt anbieten, man muss zeigen, was man kann. Andernfalls, ich kann viel hobbymäßig spielen, entdecken wird mich dann wahrscheinlich keiner.